Hallo Marie-Leser, wir haben mittlerweile den zweiten Advent, das heißt dreimal duschen bis Weihnachten noch ungefähr. Dann dürfen wir alle unsere Geschenke auspacken und darum dreht sich unsere heutige Frage. Wir wollen nämlich von euch wissen, wer ist euer persönliches Christkind unter den Lehrerinnen? Oder ihr könnt auch einfach euren Weihnachtsmann nennen, der dann unter den Lehrern ist. Das wollen wir gerne von euch wissen. Unser persönlicher Weihnachtsmann ist der Königs, weil er immer cool drauf ist. Also mein persönliches Christkind ist Rochita, weil die ist total lieber, die ist übrigens genauso groß wie ich. Rochita ist unser persönliches Christkind, weil sie so nass ist. Ich will wissen, wenn ich meinen Weihnachtsmann, weil er mir da ein Zeug gegeben hat. Und auch mein persönlicher Weihnachtsmann ist es direkt, weil er schon fast draußen ist. Mein Weihnachtsmann unter den Lehrern ist der Königs, weil der nett ist und weil wir da am meisten lachen. Mein persönlicher Weihnachtsmann ist Frau Reier. Also mein persönlicher Weihnachtsmann ist Herr Wuning, wegen den weißen Haaren, der ist so toll. Und das Christkind, ja, passt eigentlich auch sehr gut, ne? Der ist toll.